Game over! Oh mein Gott, guck mal wie cool! Das Spiel ist ein typisches Rennspiel in der Zukunft mit verschiedenen Raumschiffen, die auf der Rheinstrecke fahren und man muss versuchen Erster zu werden. Was sich allerdings hier recht schwierig gestaltet, da ich gerade auf der Elite-Stufe spiele. Macht recht viel Spaß. Auf meiner Skala würde ich 8 von 10 wirklichen Punkten erhalten. Das Museum hier gefällt mir. Es gibt Spiele, die ich gar nicht so kenne. Zum Beispiel die Motorradspiele hier. Oder die Konsolen hat mir auch noch gefallen. Das war glaube ich Nintendo, genau. Bei dem Spiel muss man zu den richtigen Bewegungen richtig tanzen. Das Spiel gefällt mir wirklich. Hier in die Pfeile, man muss genau treffen. Und ich verliere gerade. Oh yeah! Eins, zwei, drei, vier Sekunden. Oh nein! Oh nein! Definitiv sehr gute Spiele. Macht Spaß. Das sind sehr alte Spiele. Ich glaube, ich wurde noch gar nicht geboren, wo die Spiele rauskamen. Das ist nicht einfach, aber es macht definitiv Bock und hat einen kleinen Suchtfaktor. Es ist ja interessant, mal die ganzen Spiele in Aktion nochmal zu sehen. Ist eigentlich ganz empfehlenswert, dieses Museum. Spiele sind einfach cool. Drück mal okay, ich will weiterfahren. gleichzeitig vor allem mit dem Topf. Oh mein Gott! Das sei wohl. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel.